die spieler können da kommen wo wir auch fahren ja hier schon mal die rote hütte spieler bei mir wieder bei mir der hat mich gekriegt das gibt es doch nicht was war der der war voll der tank aber der ist schon gut angeschossen ich glaube du müsstest wenig schnell hingehen schatten meine waffe hier wo ich hin guck da könnten spieler auftauchen wo wir letzte runde gespawnt sind du kannst das versteckt dann hier loten was im bus ist in welchem bus hier gibt es schon einen scheiße wo bist du hin hier da ist auch in der roten hütte meine ich da ist einer drin wir müssen zum blauen hier gehen zum blauen container für das einmal safe haben in der blauen im blauen bleib in deckung bleib in deckung lieber hast du auf sturmfeuer ja komm mal zurück oder gibt mir in deckung ich muss mir schmerzmittel reinpfeifen scheiße ok dann gehen wir mal rein du wirst jetzt rein rennen und dann warten wir ab ok ach das war doch hier die stelle wo ich da draußen lag mit dem messer wo ich sag den steche ich ab den steche ich ab das war hier hier ist was was ist da ja oh 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 schüsse muss ich einmal schmerztabletten nehmen ja er ist rein in die hütte war das nur einer ja lad mal nach wie mache ich das mit r drücken er lädt nicht nach was hast du denn für eine waffe nur eine ak aber ich habe erst glaube ich drei schuss rausgeballert ach du hast wieder nur mit einem magazin ja er ist verletzt der läuft hinten rein er hat mich erschossen in was ob hat 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.